In einem deutschen Heim sollen Vorarlberger Kinder Opfer von Gewalttaten geworden sein. Laut Kinder- und Jugendanwalt Michael Rauch sind die Kinder geschlagen und getreten worden. Ein Mädchen habe sich im Jänner der Bezirkshauptmannschaft anvertraut, bestätigt Landesrätin Greti Schmid. Wir haben unverzüglich reagiert, unverzüglich die Staatsanwaltschaft informiert, unverzüglich die deutsche Fachaufsicht und die deutsche Jugendwohlfahrt informiert und unverzüglich eine Mitarbeiterin der Jugendwohlfahrt des Landes hinausgeschickt. Die beschuldigte Mitarbeiterin des deutschen Heimes sei nicht mehr in der Betreuung von Jugendlichen tätig. Für sieben Kinder, die in dem deutschen Heim untergebracht sind, soll nun ein Platz in Vorarlberg gefunden werden.